Kuckoo! Kuckoo! Das mach ich nicht. Dann komm ich auch nicht. Hä? Du kannst ja nicht zu deiner eigenen Babyschauern nicht kommen. Ja, das war nicht meine Idee, sondern Moritz. Er will das Kind bei Freunden und Familie einführen. Ja, sein Kind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ja, meine Familie und Freunde kommen ja auch. Meine aber nicht. Du hast ja auch keine Freunde und eigentlich auch keine Familie, oder? Was drückst du denn jetzt? Entschuldigung. Ich hab doch gesagt, du hättest dir noch mal die Brust geben sollen. Ja, Tom, dann wärst du zu spät zu deiner Probe. Komm, entschuldige bitte. Okay. Ist das nicht zu werden? Bin ich immer. Hey. Okay. 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 From this moment on, it's a complete different genre. Right? It's, it's Grand Guignol. It's the walking dead. Don't think of it like somebody cutting a throat with a stiletto or a sharp knife. Think of exploding brains. Like intestines coming out of chopped up bodies. Something like circular saws. This is splatter. Once again. Once again. Once again. Vielen Dank.